Musik 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 Hey Leute, willkommen zurück Okay, Hunger Games 1 Kauft euch mal bitte im Shop ein Kit Das geht jetzt nicht so schnell in 50 Sekunden Doch, das geht ganz easy peasy Du hast doch scheiß Internet Punkt Set Ey, in welchen müssen wir rein? Z1 Ja, ich schaff das nicht mit dem Kit Ja, mach es einfach Und jetzt soll ich Shop oder was? Ja genau, und du musst dich erstmal registrieren Also dein Minecraft Name dahin tun Hat jeder von Anfang an 150 Deadcoins? Ja, das war halt Oh man, das schaffe ich jetzt nicht auf die schnelle Nein, jetzt nicht auf die schnelle, aber gleich Ja, also wenn die nächste Runde vorbei ist Achtung, ey, komm jetzt mal rauf Obwohl, ihr habt noch Zeit Moin Leute, wir bekommen noch einen neuen Part von letztendlich 1, 1, schnell, SG1 Und zu spät Wuhuhuhu, geht los Werden wollte mich verarschen, kommt Das ist echt scheiße Was denn? Ich bin hier auf dem Server Ja, jetzt hab ich es gespürt Ja, du warst kurz auf, das hat ein bisschen Ich meinte, ich bin kurz weg, spielt so lange nicht, bis ich wieder da bin Helf, warte denn Oh, ich packe hier schon wieder rum, das ist so schmerz Du hast mir überhaupt mal einer zu Ja, ich Bist jetzt einmal nicht dabei, ich heule nicht rum Ich mag was dazu jetzt, ohne Scheiß Was will ich denn jetzt warum nicht? Ich will richtig so schnell auf Ach, alles mal Alter, voll richtig, ich bin einfach scheiße, man freut hier mal wieder so eine Runde Z, aber dann kann ich nicht mitspielen Ein einziges Mal, das sind vielleicht 5 Minuten, wenn überhaupt Ja, wir spielen jetzt hier noch das halb 11 Mindestens Ja, ich nicht Wenn man hinterher davon nie abscheuert Das wäre jetzt okay, Leute, wo seid ihr denn so alle? Dich, ich hab auch richtig Spaß Oh, was war das? Keine Ahnung, das war ich Fuck, Alter, wie behindert ist das denn? Hey Moritz, wir wissen, was wir haben, ne? So, ne Wir, wir machen ein Team und wechseln uns, ne? Och, nö Oh, scheiße Ey, geh weg leider mal, ich will nicht, 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 ich will nicht Ich dachte, nein, ich dachte, stopp, 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 ich will nicht für nichts von dir Ey, ich werde jetzt weggehen und dann haben wir kein Team mehr Ihr habt Team gemacht Ja, Moritz wollte mit mir Team machen Ja, ich bin auch nicht drauf, das ist scheiße Hey, wer ist denn jetzt alles noch drauf? Ihr beide noch Ja, drei Spiele noch Ja, okay, wir töten erstmal den anderen und dann... Was bin ich? Mann, hör auf! Aber kein Team, ne? Nein, ich bin ganz woanders Was? Achso Hier ist noch ein anderer Äh, ich hole mir jetzt mal ein Kit, welches soll ich mir holen? Gummibär Wollt ihr früher mal so ein Kit namen, wie hieß das nochmal? Bäm, Vampire oder so Bäm, 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 das ist auch geil Aber es kostet 220 Ja, das ist auch okay, also, ähm, du musst jetzt einfach durchlesen Oder Lukas? Hm Also ich und Moritz haben wir zum Beispiel Flash... Wir haben uns ein Flash geholt Und, äh, Phil hat sich, ähm, Gummibär geholt Naja, ich geh grad auf die Internetseite Ey, Lukas, hol dir doch Boxer Nein, Boxer ist so, mach sowas nicht Mach irgendwas mit Fähigkeiten Weiter, sie mal holen Julius, ey, Korn Julius, ey, Korn Julius, ich will nicht Der Korn Ey, du willst das mal dann wirklich irgendwie zusammen machen Ja, toll, ey Ja, äh, äh, nicht gegen Mark Ähm, äh, äh, nein Wir machen nicht zusammen Ich werd jetzt weglaufen und Mark suchen Na, toll Und, ich werde dich gleich Nein, Moritz, du lass, lass dir Diamanten in Ruhe Sonst töte ich dich Diamanten? Wo sind Diamanten? Moritz, ich will dich jetzt töten, tut mir leid Nein, lass das mal bitte Nee, ist jetzt einfach so Ey, nur mal so, das ist PvP Wenn ihr euch jetzt gegenseitig tötet, macht ihr Team Loll, Loll Loll Du wurdest mich auf dem Kompass angezeigt Du wurdest mich auf dem Kompass angezeigt Du wurdest mich auf dem Kompass angezeigt Schon mit saufend Alter, Moritz, wo bist du? Ey, 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 Moritz, du bist da ein Meldung mit dem Minecraft-Account Bei einem Set-Servers Na toll, ey Ey, Julius Wie konntest du deine anmelden? Wie konntest du deine anmelden? Als Set-Servers? Du musst dich erstmal registrieren, dein Minecraft-Name Und? Also dein Minecraft-Name? Ja toll, wo? Nein, ich bin vom Server geplogen wegen Spam Was hat er gemacht? Ach so, wenn ich jetzt bin, bin ich auf YouTube Ja, war meine Idee Ich hab keine Ahnung, wie ich mich hier anmelde Ja, du musst dich registrieren Ja, und wo? Ja, da steht er Einer steht hier nicht Oh Gott, okay Wo wollen wir denn rein? Wir gehen, äh HG6 Hey, HG6 HG6? Okay Hey, ich bin jetzt eine Runde lang nicht dabei Oh ja Oh ja Oh ja Hat noch einer aus dem Milch, ähm Gummibär? Ne Ne Ja Meine Lieblings-Map Da hinten auf dem Berg sind wir Hey, musst du das registrieren? Was, wer, wird es nicht schaffen? Du, der Gummibär Hä, ich will, ich mach ganz, ich mach ganz andere Sachen Ich werd ganz andere Sachen machen Ich hab, das ist meine Lieblings-Map Ich kenn die in- und auswendig, ich hab alles Ey, Leute, du, wir sind vier Leute auf dem Server Wollen wir mal zwei Zwei-Teams machen? Ja, das ist just Ja, okay, ich und Lukas, äh, ich und Marc, äh, ich und Moritz machen und ihr beide Okay Und, ey, Lukas, ähm, äh, Moritz, wo rennst du hin? Wir sind ja Flasher-Team hier Äh, wir rennen zum Turm, also nicht zum, ähm, dem großen Turm, sondern zum kleinen Okay, du, äh, so, du läufst hier zum Infinity-Bogen und ich lauf zu den vier Diamanten Okay, gut Ja, hallo Ja, was ist denn mit dir, Phil? Ja, und zu wem gehöre ich? Ja, du machst mit Lukas Und Phil, das heißt, du holst dir das, was du holen willst und ich, ähm, laufe so rum Ja, das waren zwei Tipps Ja, das waren zwei Tipps